hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen update ich hatte in einem der letzten food hauls erwähnt dass ich mit den drei gekauften frühkölschs ein kleines geschenk basteln möchte und zwar einen biergarten also es ist als geschenk für einen mann gedacht aber ich glaube biertrinkende frauen würden sich da auch darüber freuen also ich würde mich zumindest sehr darüber freuen jedenfalls mehr als über irgendwelche deko sachen mit denen ich nichts anfangen kann jetzt ist das ja der kanal von sparbara das heißt es ist ein preisgünstiges geschenk das aber trotzdem denke ich mit liebe zusammengestellt ist also ich habe hier drei flaschen frühkölsch zu je 64 cent besorgt die waren im sonderangebot dann ein bio basilikum für 1,29 und ein margariten stöckchen ich hoffe dass man da auch nachdem das kölsch getrunken ist noch freude damit hat das ganze habe ich in so ein mandarinen kistchen reingestellt das hatte ich noch von der aus der vorweihnachtszeit und hier sind damit das ein bisschen stabiler ist noch so ein paar weiße zierkiesel drin da hatte ich mal so 25 kilo sack gekauft den habe ich schon seit jahren und kann das eben immer für deko angelegenheiten verwenden so das ganze hat hat mein schlauen zettel nicht da aber ich glaube fünf euro 20 gekostet und wie gesagt ist natürlich kein großes geschenk aber ich denke vielleicht auch ein ganz nettes mitbringsel wenn man mal abends zum grillen eingeladen ist so das war's ich wünsche euch noch einen schönen tag vielen dank fürs zuschauen eure sparbara geht es do ist du